So, da sind wir wieder. Das letzte Mal haben wir jetzt die echte Familie gefunden. Und ja, wir reden noch ein bisschen mit denen, auch wenn die alle irgendwie crazy sind. Äh, wen haben wir denn hier? Wer ist das denn? Brianna. Ich bin überrascht, dass du mich nicht kennst. Ich heiße Brianna. Ich kümmere mich hier um die Männer. Jedenfalls um die Junggesellen. Ähm, siehst auch so ein bisschen aus wie Nova, ne? Oder hieß die Nova? In Moriarty Saloon, ne? Wo wir uns schon mal den Stich versaut haben, verdammt. So, ähm, ich such nach Aion West. Vance hat ihn ins Meditationszimmer bringen lassen. Da darf niemand rein. Der arme Junge. Er sieht so aus, als könnte er noch einen Freund brauchen. Ladykiller! Wenn ich weiß, wo ihr entsteht, können wir vielleicht mal unter vier Augen reden. Das ist aber wirklich sehr verlockend. Wenn du so gut bist, muss ich dich bezahlen, statt umgekehrt. Ich sag dir was, mein Süßer. Ich gebe dir das Kennwort zu Ians Zimmer. Vielleicht kannst du mit ihm reden, damit es ihm wieder besser geht. Wuhu. Okay, wir haben das Kennwort schon, aber... Ihr wisst schon. Ich weiß nichts mehr. Wie ich schon gesagt habe, hat Vance ihn ins Meditationszimmer bringen lassen. Da darf niemand rein. Okay. Was ist das für ein Ort? Das ist der letzte Ort, von dem ich gedacht hätte, dass ich da einmal landen würde. Ich meine, sieh dir diesen Ort doch nur einmal an. So finster und dreckig. Ihr müsst da einmal eine Frau richtig aufräumen. Aber sagt Vance ja nicht, dass ich das gesagt habe. Äh, Vance! Die Brianna ist... Findet deine Metro-Station dreckig. Die ist auch dreckig, ja. Das ist schlicht und einfach die tollste Bande auf dieser Seite der USA. Solange wir auf die Regeln und Lehren von Vance hören, lässt er uns so ziemlich alles tun, was wir wollen. Okay. Haha, na, komm. Gehen wir in dein Zimmer jetzt? Äh, ja, nee. Und? Wird nicht passieren, leider. Mir geht's ganz gut. Ja, so. Holly. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Holly und bin die Frau von Vance. Ja, ich dachte, du bist noch eine Hure. Schade. Äh, Alter, schon vergeben. Ich suche nach Ian West, haben sie ihn gesehen. Ich fürchte, Vance hat ihn isolieren lassen und ich habe keine Möglichkeit, die Befehle von Vance zu umgehen. Er ist ein guter Junge. Ich glaube, Vance wird ihn bald auf den rechten Weg führen. So, wie er es mit jedem von uns getan hat. Okay. Äh, ja, vielleicht. Vielleicht bringt er es ihn aber auch nur noch mehr durcheinander. Mir leid, aber ich denke, er braucht jetzt seine eigene Familie. Ja. Meinen Sie nicht, dass er schon so völlig durch den Wind ist? Machen Sie sich doch nichts vor. Wir haben ihn gerade noch rechtzeitig aus diesem Kaffee rausgeholt. Ihr habt doch seine Eltern umgebracht. Toll. Gibt es sonst noch was über Ian West? Wie ich schon sagte, befindet er sich in der Isolation. Er muss jetzt meditieren und nachdenken. Was ist das für ein Ort? Dies ist Meresti, die Heimat der Familie. Das ist der einzige sichere Ort für diese armen Leute. Du hörst selber zu den armen Leuten, du. Erzählen Sie mir von der Familie. Mein Mann hat vor nicht allzu langer Zeit diese Gruppe aufgebaut. Er hat damit versucht, die Mitglieder vor Not und Spott zu bewahren. Jetzt suchen Menschen aus dem ganzen Ödland nach uns, um sich der Familie anzuschließen. Ja, ich muss jetzt gehen. So, wen gibt es denn noch? Justin, mit dem haben wir schon geredet. Das hier ist Ellen. Und oben, das ist Vance. Ah, hallo. Ja. Da ist unsere Freundin. Oh, Junge, Junge. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Ich habe aber ganz viele dumme Ideen. Was gibt es denn in so einem Kronkorken, die will ich haben? Ja, scheiße. Wir sind mal wieder am Arsch. Ach, nee. Okay, wir haben hier zum letzten Mal gespeichert. Stimmt, bevor ich den beklaut habe, ne? Ja. Also den Taschendiebstahl. Ja, das ist super. Wollen Sie den ganzen Tag nur glatt? Ja, kann ich mal sehen. Ja, die Raketenver... Alter, ey, warum muss ich hier immer... Warum muss das auch immer so scheiße sein? Es springt manchmal ganz schnell von erkannt auf versteckt. Und dann, wenn man dann in der falschen Sekunde drückt, dann war es das für einen. So, wir haben die ganzen Stimpacks genommen. Und auch noch hier so ein paar, ein bisschen Munition, ne? Ja, Mikrofusionszellen, Energiezellen, 5 Millimeter. Mit so jemandem macht man gar... Ja, hau ab. Danke, so. Jetzt müssen wir nochmal mit der Alten hier reden, Olli. Alter, du bist hässlich. Wenigstens siehst du nicht so aus wie Moira. Da, Martha. Was ist das für ein Ort? Ja, ja. Danke. Ah, hallo. Hallo. Schluss. Wenigstens. Ja, okay. Ich hab keinen Bock nochmal von denen entdeckt zu werden. Ich bin überrascht, dass du... Ja, okay. Mit der... ...Ladykiller. Ich hab... Sonst noch was? Was ist das für ein Ort? Ab... Familie. Na, komm. Hör mal auf. Mit dem Beklauen hier. Sonst muss ich nur nochmal alles durchkauen. Ist das so ein Terminal? Wenn wir alle noch hacken. Ist ja nicht mal verboten, aber wir... Oh Gott, wenn ich dort hinten schon das sehe. Uh, was ist denn hier? Gemeinschaftsbett. So treiben die es also. So, ähm... Ist auch so öffentlich. Mensch! Du nicht, oder was? Alter, was hat denn der für eine Waffe? Der hat doch ein Schwert dann, aber trotzdem so ein Kanister offen. Oh, das ist aber ein geiles Teil, ne? Vance, Schwertschrank, Schlüssel? Okay. Der hat einen Schwertschrank. Hm. Vance. Willkommen in unserem Zuhause. Meine Leute nennen mich Vance. Ich leite diese Gruppe erschöpfter Reisender und Ausgestoßener, die ein Zuhause brauchen. Welchem Anlass verdanken wir denn die Ehre ihres Besuchs? Und das ist der Grund, warum ich diese Typen hier hasse. Dieser Typ ist immer nur so nervtötend und... Oh, scheiße! Ist er vielleicht nicht, aber ich finde die Stimme von dem schlimm. Dieser Ort ist so ganz anders als die Ansiedlung, die ich bisher gesehen habe. Was ist das für ein Ort? Ich glaube, ich bin über das erste unterirdische Irrenhaus der Welt gestoppert. Ja, das würde ich gerne sagen, aber... Das hier ist die letzte Bastion der Hoffnung für die Unterdrückten und Missverstandenen. Es ist eine Zuflucht für die Unterdrückten und ein Signalfeuer der Zuversicht für die Tyrannisierten. Vance fortfahren lassen? Oh Gott, Entschuldigung, aber was bedeutet das alles? Hey, immer langsam, ich habe meinen Thesaurus zu Hause gelassen. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Oder... Ne, Vesaurus. Ob das ein Übersetzungsfehler ist? Wenn irgendjemand weiß, was das ist, kannst du das mal in die Kommentare schreiben. Wir sind die Überbleibsel der Gesellschaft. Weggeworfen wie die abgenagten Knochen nach der Mahlzeit eines Jägers. Ich habe meine Herde unter den ausgetrockneten Sand des Ötlands geführt, um sie in Sicherheit zu bringen und ihr meine Lehren zu vermitteln. Wissenschaftler würden uns Kannibalen nennen, Menschenfleischfresser. Die Gesellschaft bezeichnet uns als Monster, Dämonen und Unreine. Irgendwie hat seine Geschichte mich irgendwie an Moses erinnert, ne? So, durch die Wüste rennen, fünf... Die haben... Das, woran sie glauben, heißt das, die bekehren diese Leute? Boah, was soll das heißen? Boah, das ist ja echt menschenfreundlich. Dieses Gerät ist völlig unnötig. Ich weiß genau, was sie sind. Okay, ne, Sprache haben wir ja nicht. Ihre Worte zeigen mir, warum meine Leute so viel erdulden müssen. Bekehrung impliziert, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ich sehe meine Lehren eher als Verbesserung an. Einen Weg, um unsere kannibalische Herkunft zu überwinden. Eine Aufgeschlossenheit wie die ihre ist unter Menschen eine große Seltenheit. Ich finde das faszinierend. Diese Einsicht möchte ich mit einer Lektion über Objektivität untermauern. Wir sind keine Kannibalen mehr, sondern trinken nur das Blut unserer Opfer. Wie würden sie uns denn dann sehen? Ach, ne, ja, deswegen, so Pseudovampire, also deswegen fahren die Vampire immer mehr gegen Baum. Dann hat man den Typen, dann hat man Edward, den ich ja nicht leiden kann, wie man weiß. So ein hässlicher Sack. Äh, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Zeit für Spiechen, Bands oder für mich seit den Haufen dieser Saison. Ja, keine Ahnung. Dann ist dies wohl ein Rätsel, das sie selbst lösen müssen. Dann kann ich hier einfach mit Bier versagen. Ja, jetzt haben wir das Terminal-Kennwort bekommen, dass wir es nicht mehr hacken müssen und können wir ähnlich wie die Ideologie des Atoms alles nachlesen. So panisch. Boah, ein schwerverschlossener Schrank. Muss ja was Dolles drin sein. Ich glaub, der Winkel ist hier. Fast. Ein Lasergewehr und ein Stealthball. Cool. So, was haben wir hier noch? So bei diesen schönen Stockbetten hier. Ich bin versteckt. Ihr könnt mich nicht sehen. Raketen. Cool. Aufbrechen. 100. Boah. Das war das schlechte Karma nicht wert. Spielzeugkasten. Okay. Nein, nein. Lassen wir die mal. Achso, nein. Wir müssen Ideologie machen, ne? Bevor wir zu ihren gehen. Geben wir einfach ins Terminal und dann kriegen wir das schon gebacken hier. Äh, dieses System darf nur mit Erlaubnis von Vance benutzt werden. So, die fünf Gesetze der Familie. Das erste Gesetze... Oh Gott. Das erste Gesetz ergötzt euch nicht am Fleisch, ergötzt euch nur am Blut. Das ist unsere Stärke. Wir verzehren das Fleisch jener, die wir töten, nicht. Wir trinken nur ihr Blut und lassen ihre Körper unversehrt. Der Verzerr von Fleisch ist schmutzig und unrein. Es ist diese Tat, aufgrund der die Menschen uns, die Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere. Wir sind die Familie. Was ein abgedrehter Haufen, ne? Nur Freaks im Ötland. Das zweite Gesetz empfangt nicht das Kind. Empfangt nur den Verbanden. Das ist unser Schicksal. Da wir in unseren Körpern den Makel unserer Vergangenheit tragen, dürfen wir diese nie an unseren Nachkommen weitergeben. Ihrerseits diese schändlichen Taten vollführen und den Kreislauf von Neuem beginnen. Die Familie muss das Ötland zur Erhaltung seiner Selbst nach Anderen seiner Art durchstreifen. Das ist unser Schicksal. Okay, das dritte Gesetz. Das dritte Gesetz. Beköstigt euch nicht zum Vergnügen. Beköstigt euch nur zur Erhaltung. Das ist unsere Würde. Wir töten Menschen nur dann, wenn wir hungrig sind oder uns verteidigen müssen. Wir jagen nicht zum Vergnügen. Wir schlägen keinen Kindern nach, denn sie wurden von den Ansichten der Gesellschaft über uns noch nicht verdorben. Die Familie toleriert das Morden nicht. Und warum haben die dann die Familie von ihren umgenietet? Haben die so viel Hunger? Hätten doch erstmal die anderen umgenieten können. Even King zum Beispiel. Das vierte Gesetz. Das vierte Gesetz. Sucht nicht das Licht der Sonne. Begrüßt nur das Schattenreich. Das ist unser Schutz. Da wir Wesen danach sind, dürfen wir am Tage keinen Fuß setzen. Wir bewegen uns lautlos über das Land und den wachsamen Auge des Mondes. Bei Sonnenaufgang kehren wir in den Schutz der Schatten zurück. Niemals mehr Licht erharschen. Wie findest du denn das der Schutz der Familie? Das sind ja wirklich Zoll, du Vampire. Das fünfte Gesetz. Tötet nicht einander selbst. Tötet nur die Feinde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Von allen Dingen darf kein Mitglied der Familie das Leben eines anderen Mitglieds ohne Bewilligung des derzeitigen Führers nehmen. Jene, die dieses Gesetz missachten und diese Frevetat verüben, werden für immer aus der Familie verbannt. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere eigenen inneren Dämonen uns dazu verleiten, einander zu bekämpfen. Wir sind nur wenige und dürfen unseren Untergang nicht riskieren. Gott. Jagdgründe. Nahrungsgründe. Die sind gefahrvolle Zeiten für die Familie. Wir müssen uns ernähren, aber das Ötland ist ein bedrohlicher Ort. Der einzige Weg, ohne gewaltige Verluste zu speisen, ist es, sich in den kleineren menschlichen Siedlungen zu nähern. Wir werden unsere Ziele daher mit Schleue und Unauffälligkeit erreichen. Niemand ist es gestattet, sich gewaltsam Zugang zu den Häusern zu verschaffen. Unser Handeln muss stets zivilisiert bleiben. Nur so sind wir nicht die Tiere, die sie in uns zu sehen glauben. Zum Erfu-Vorfall. Ja, jetzt will ich mal sagen, dass wir hier alle die komischen Gesetze missachtet haben. Ein Vorfall wie dieser darf nie wieder vorkommen, wusste ich's doch. Ja, das ist ein Haufen von Klemmspastis hier. Ja, super. Ja, ich bin schon wieder am Ende der Folge. Ja, danke, ja, schreib mich noch mehr an. Das Camtasia bei dir grad nicht geht, interessiert mich einen Dreck. So, ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit Vance sprechen. Hm, über mehr Sachen. Ich kann mich hier nicht entscheiden, ob die Typen Beklopter sind oder die Atomtypen oder doch eher die Republik Dave, die wir noch finden werden. Ja, bis zum nächsten Mal.